Rekordansturm auf die Rente mit 63 im Jahr 2020. Mein Name ist Peter Knüppel, ich bin Rechtsanwalt und Rentenberater von Rentenbescheid24. Das Corona-Jahr 2020 schlägt ja nun bekanntermaßen alle Rekorde. Auch in der gesetzlichen Rente gibt es wieder etwas Neues zu vermelden. Wir haben im Jahr 2020 eine Rekordbewilligung der Altersrente für besonders langjährig Versicherte von 260.932 Rentenanträgen. Das heißt also, in dieser Zahl haben 260.932 Versicherte die abschlagsfreie Altersrente im Jahr 2020 in Anspruch genommen. Das entspricht in etwa 18% aller Rentenbewilligungen für das Jahr 2020. Wir haben ja nicht nur die Altersrenten, sondern wir haben auch die Erwerbsminderungsrenten und auch die entsprechenden hinterbliebenden Renten. Die Altersrente mit 63 meint in unserer Version, die wir hier besprechen, die Altersrente für besonders langjährig Versicherte. Das ist die Variante ohne Abschlag. Die wurde zum 1.07.2014 von der damaligen Bundesarbeitsministerin Frau Andrea Nahles eingeführt. Und seitdem gibt es die Variante mit dem 63. Lebensjahr oder ab dem 63. Lebensjahr. Versicherte, die in diese Rente gehen wollen, müssen mindestens 45 Jahre Wartezeiten vor Rentenbeginn nachweisen können und sie müssen das entsprechende Lebensalter haben. Vor dem 1.07.2014 gab es die Variante der Altersrente für besonders langjährig Versicherte mit der Vollendung des 65. Lebensjahres. Und das wurde abgesenkt auf das 63. Lebensjahr für Geburtsjahrgänge ab 1900 oder bis 1952. Und wer später geboren ist, der muss dann immer zwei Kalendermonate obendrauf rechnen. Im Jahr 2021 ist der Geburtsjahrgang 1957 interessant. Das heißt also, wer 1957 geboren wurde, der kann in diese Rente mit Vollendung des 63. Lebensjahres und zehn Kalendermonate gehen. Eines hören wir auch ab und zu mal, warum die Leute oder die Betroffenen in die vorgezogene Altersrente gehen wollen. Weil sie Angst haben, dass der Gesetzgeber die Rente mit 63 abschaffen will. Woher dieses Ammenmärchen kommt, das weiß ich nicht. Aber wer im Jahr 2021 in diese abschlagsfreie Rente gehen möchte, der sollte bitte beachten, wir haben auch hier wieder einen Anstieg der Hinzuverdienstfreigrenze von 6.300 Euro auf 46.060 Euro. Was für viele Leute ein sehr starkes Argument ist, die Rente zu beziehen und trotzdem weiter zu arbeiten. Ich gehe davon aus, 2021 wird auch wieder ein Rekordjahr werden in Bezug auf die beantragten und bewilligten Altersrenten für besonders langjährig Versicherte. Im Volksmund genannt Rente mit 63. Näheres zu diesem Thema finden Sie auf www.rentenbescheid24.de Ich wünsche Ihnen eine rentenstarke Woche. Ihr Rechtsanwalt und Rentenberater Peter Knöppel 203. § 136. 205.